Ich begrüsse Sie ganz herzlich. Mein Name ist Philipp Wampfler. Ich habe zusammen mit Björn Nölte ein Buch geschrieben, bei dem es um unsere Vorstellung geht, dass Schulen von Noten wegkommen sollten und weshalb das so ist, haben wir in diesem Buch begründet und auch erklärt, was die Vorteile sind. Und in diesem kurzen Input möchte ich zeigen, ganz kompakt, was das Problem an Noten ist in der aktuellen Verwendungsweise. Und dann möchte ich Wege zeigen, wie man sich im schulischen Unterricht ein bisschen von Noten lösen kann und auch erklären, weshalb das nicht zu 100% möglich ist, was da die Gründe sind und welche Bedenken natürlich auch wie berechtigt sind oder welche Gegenargumente. Das werde ich zum Schluss dann auch einräumen. Gut, ich beginne damit, was das Problem an Noten ist. Und habe das hier aufgeschrieben. Noten, das schreiben wir so im Buch, sind scheingenau. Was das bedeutet, ist, wir haben einen Lernprozess. Also nehmen wir an, eine Schülerin beschäftigt sich mit binomischen Formeln. Also sie macht Algebra, sie arbeitet daran, binomische Formeln auch einzusetzen, bestimmte Umformungen vorzunehmen. Sie lernt gewisse Grundsätze kennen, sie wendet sie an, sie macht Fehler, sie ist frustriert, sie löst Übungen, sie kann es besser, sie ist zufrieden vielleicht, hat etwas verstanden, plötzlich hat sie eine Einsicht. Dann kommt die Prüfung und bei dieser Prüfung kommt raus 4,3 ist die Note. Dann kann die Schülerin mit dieser Zahl wenig anfangen und die Zahl sagt auch ganz wenig darüber aus, wie dieser Lernprozess verlaufen ist. Aber er suggeriert eine Genauigkeit 4,3, das ist besser als 4,2 oder 4,4. Auch wenn Schülerinnen diese Noten haben, das ist besser als 4,2, aber schlechter als 4,4. Und das suggeriert, dass andere Schülerinnen das jetzt besser gelernt haben, schlechter gelernt haben, obwohl eigentlich die Momentaufnahme einer Prüfung das ist, was zu dieser Zahl 4,3 führt. Und so genau können wir Lernprozesse gar nicht vermessen, niemand kann das. Also es gibt viele Verzerrungen, viele Fehler, sodass man aus der Forschung sagen kann, die Genauigkeit einer Note ist plus minus eins. Also unsere Schülerin hätte an einer anderen Schule bei einer anderen Lehrperson vielleicht eine 5,3 gehabt, aber vielleicht auch eine 3,3. So genau sind die Noten nicht, aber sie deuten allen, die das interessiert, der Lehrmeisterin, den Eltern, deuten sie an, wir haben es jetzt ganz genau gemessen und das ist das Ergebnis. Also dieser Schein, der trügt bei Noten. Damit habe ich auch schon erwähnt, Noten enthalten kaum Informationen. Also wir wissen nicht, hat die Schülerin das jetzt besser gemacht als das letzte Mal? Hat sie etwas geändert an ihrem Vorgehen? Hat sie mathematisches Verständnis erworben? Hat sie Durchhaltevermögen aufgebaut? Ist sie vielleicht aber auch eher frustriert? Hat sie schnell aufgegeben und Glück gehabt bei der Prüfung? Wir wissen nicht genau, wie dieses Ergebnis zustande kommt und was das auch über das Lernen der Schülerin aussagt. Also wenn wir verstehen möchten, wie gut die Schülerin jetzt Algebra kann oder wie gut sie binomische Formen verstanden hat, dann kann die Schülerin sagen, ja ich hatte in der Prüfung 4,3, aber wir wissen nicht, heisst das, dass sie das eigentlich ganz okay verstanden hat und wenn sie zu einem Problem kommt, das sich mit binomischen Formen lösen lässt, das auch lösen kann oder heisst das, sie hat einfach irgendwelche Rezepte nachgearbeitet, die es für bestimmte Aufgaben gibt, aber davon eigentlich gar nichts verstanden. Diese Information können wir der Note nicht entnehmen, also sind sie eigentlich wertlos. Also wenn ich mich darauf verlassen können muss, dass jemand Algebra kann, dann kann ich mit 4,3 bei einer Prüfung einfach nichts anfangen, auch wenn das eine genügende Note ist. Das weitere Informationsdefizit, das ist der dritte Punkt, ist spezifische Stärken. Also es kann zum Beispiel sein, dass diese Schülerin anderen ganz viel Mut gemacht hat, dass sie gesagt hat, ja das klingt jetzt erstmal langweilig mit den binomischen Formen, aber komm, wir setzen uns dran, komm doch zu mir nach Hause, ich koche uns Tee und wir setzen uns hin und danach schauen wir eine tolle Serie, aber jetzt erstmal machen wir die Hausaufgabe. Und vielleicht hat sie andere dazu motiviert, sich mit einem Thema zu beschäftigen, womit sie sich nicht hätten beschäftigen können. Und sie hat da eine enorme Stärke und merkt dann vielleicht auch, wenn ich mit anderen zusammen das anschaue, dann verstehe ich es auch selber besser und so könnte ich mich entwickeln und das wird durch Noten überhaupt nicht sichtbar. Also diese Stärke, spezifische Stärke dieser Schülerin, die kann die 4,3 nicht ausdrücken, das merken wir gar nicht und die 4,3 klingt so wie, das ist eine durchschnittliche Note, aber wir merken nicht, dass die Schüler in spezifischen Stärken, vielleicht schreibt sie ganz schön, vielleicht sind ihre Formeln enorm übersichtlich, aber sie macht halt viele Fehler oder vielleicht macht sie kaum Fehler, aber traut sich nicht zu, irgendwas mal auszuprobieren und diese Stärken, vielleicht auch Schwächen und Entwicklungspotenziale kommen so gar nicht zum Ausdruck. Auch das habe ich schon angedeutet, dass dann durch diese präzise Note 4,3 oder 4,4 oder 4,2 ein Vergleich entsteht, dass man, wenn man Noten an eine Klasse zurückgeht, automatisch eine Herangeordnung entsteht und das ist die Logik des Systems, darauf werde ich später noch zurückkommen, also das ist verständlich, dass es so ist, aber es ist nicht sinnvoll beim Lernen von binomischen Formen eine Reihenfolge herzustellen und zu sagen, der Schüler oder die Schülerin, die können das am besten und die Person kann es am schlechtesten und dazwischen gibt es eine exakte Reihenfolge. Erstens stimmt die nicht, weil es scheint genau und zweitens ist das destruktiv, wie zu sagen, ich vergleiche mich dann mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn und leite daraus auch meine Zufriedenheit ab. Also es ist wie so, wenn Sie einen brandneuen VW Golf haben und Ihr Nachbar fährt einen alten Opel Kadett und Sie denken, super, ich habe jetzt ein neues Auto und das ist ein VW Golf und tolle Sache, dann sind Sie sehr zufrieden mit dem Auto und wenn Ihre Nachbarin aber einen neuen Porsche Roadster kauft und Sie haben ein VW Golf, dann denken Sie, was läuft bei mir falsch, ich möchte auch gerne Porsche haben. Und dieser Vergleich, dass unsere Zufriedenheit von diesen Vergleichen abhängt, ist beim Lernen ein Problem, weil wir müssen unsere Zufriedenheit nicht aus Vergleichen ableiten, sondern aus unserer Fähigkeit uns zu entwickeln und Probleme zu lösen und einen Lernfortschritt zu erzielen und nicht, weil wir ein bisschen eine bessere Note oder eine schlechte Note haben als die Nachbarin oder der Nachbar. Und das ist dann mit Demotivation und Frustration verbunden, also alles, was nicht mit Noten gemessen wird, wird in der Schule vernachlässigt und die Schülerinnen lenken ihre Aufmerksamkeit auf das, was tatsächlich auch zu Prüfungen und Noten führt und sie lassen das weg, was damit nichts zu tun hat, sie vernachlässigen auch ihre Stärken, sie setzen sich teilweise stark ein für etwas, sie engagieren sich und merken dann, das wirkt sich jetzt gar nicht positiv auf meine Note aus und das ist ein ganz grundsätzliches Problem. Jetzt sehen Sie das auch schon, man kann Noten tatsächlich ersetzen, es gibt bessere Verfahren, ich stelle Ihnen kurz drei vor. Erstens ist es viel besser, jemandem Feedback zu geben, grundsätzlich gutes Feedback ist Feedback, das erbeten wird, wo jemand sagt, ich mache jetzt das mit den binomischen Formeln und ich habe ein paar Aufgaben, die ich löse, kannst du die korrigieren oder ich habe mir das mal zusammengefasst, was das Wichtigste ist bei den binomischen Formeln, kannst du mal drüber schauen und sagen, ob du das auch so verstehst wie ich. Und der Vorteil am Feedback, wenn man das jetzt vielleicht auch auf berufliche Prozesse bezieht, dann schaut Feedback in die Zukunft. Also man schaut, was kann ich in Bezug auf die nächsten Schritte besser machen, wo kann ich mich verändern, wie kann ich mich so verhalten, dass etwas Positives entstehen kann, während Noten in die Vergangenheit schauen und sagen, ich bewerte jetzt abschliessend, wie das gelaufen ist, was du jetzt nicht mehr ändern kannst. Und das ist ja auch eine der Frustrationen, dass man dann oft bei Prüfungen sagt, ja, wenn ich das gewusst hätte, dass das so erwartet war, dann hätte ich es schon so gemacht, aber das wusste ich ja nicht. Und diese Frustration beim Feedback, das ist völlig unnötig zu sagen, wenn ich das gewusst hätte, weil durch das Feedback erfährt man es ja und kann von da an sagen, na, jetzt mache ich es anders, weil ich es jetzt gemerkt habe. Also das Feedback ist viel konstruktiver in dieser Hinsicht. Und es ist auch viel genauer, weil es sich auf das bezieht, worum es jetzt eigentlich im Kern geht und nicht beispielsweise Fehler anstreicht, die gar nicht relevant sind in einem bestimmten Kontext. Eine weitere, viel bessere Möglichkeit, um mit Leistung umzugehen, also die Frage, wie man Noten ersetzen kann, das als Klammerbemerkung, hängt ja immer davon ab, in welchem Kontext. Und der Kontext hier ist, wenn es wirklich darum geht, dass Lernende ihr Lernen fokussierter und besser gestalten können. Also wie kann man ihnen eine Rückmeldung zu ihrem Lernen geben, mit der sie was anfangen können. In diesem Kontext kann man Noten durch die Prozesse ersetzen. Das Zweite sind Portfolios, wo Lernende ihre Lernprodukte, also das, was sie gemacht haben, das, was sie können, ablegen. Und wenn jemand sie fragt, also ein Portfolio wäre so die Idee, ich frage jemanden, ja, kannst du mit dieser Art von Problemen gut umgehen? Also, verstehst du was von Buchhaltung? Und dann könnte man sagen, ja, ich habe erstens dieses Buch gelesen, hier ist eine Zusammenfassung von mir. Ich habe zweitens schon Buchhaltung für diesen Verein gemacht. Man kann die Buchhaltung hier einsehen, das habe ich gemacht. Und drittens habe ich ein paar Fragen zur Buchhaltung, aufgeschrieben und die mit jemandem besprochen. Und hier sind die Fragen und hier sind die Antworten. Und dann kann man sehen, okay, tatsächlich hat sich da jemand damit auseinandergesetzt. Ich kann auch ungefähr abschätzen, welche Buchungssätze die Person kennt, welche Buchungssätze vielleicht noch nicht vorhanden sind oder bekannt sind. Und so kann ich mir ein genaues Bild von der tatsächlichen Leistungsfähigkeit einer Person machen, dadurch, dass sie das dokumentiert, was sie schon geleistet hat. Und die dritte Möglichkeit ist, über das Lernen Gespräche führen und auch klar machen, ja, es geht wirklich um dein, um ihr Lernen. Es geht darum, Fortschritte zu machen. Es geht darum, Ziele zu erreichen. Also wo man dann auch ganz klar den Sinn aufzeigt, warum machen wir das jetzt? Was sollte daraus entstehen? Und der Fokus ist nicht die Prüfung, sondern der Fokus ist die Ziele und die Entwicklung einer Person, eines Menschen. Also Noten entmenschlichen gewissermaßen diese Leistungsbewertung und Lerngespräche würden sie personalisieren und wirklich auf diesen Menschen beziehen, sodass er sagen kann, ja doch, das ist wirklich mein Ziel und ich merke, in diesen Lernumgebungen kann ich auch dazu kommen, dieses Ziel zu erreichen. Was bei Noten nicht klar ist, also Noten sagen gerade nicht, was ich tun muss, um bessere Noten zu bekommen, sondern das können dann nur diese Lerngespräche leisten. Ich bin schon beim Schluss, bei den Einwänden, die ich versprochen habe. Wir haben uns an Noten gewöhnt. Das bedeutet, wenn jemand sagt, Matheprüfung 4,3, dann wissen wir, okay, Mathe-Noten, die sind relativ tough, da ist es nicht so einfach, eine gute Note zu haben. Also ist eine 4,3 in Ordnung, also schlimm ist das sicher nicht, eine 4,3 in Mathe. Es ist auch nicht wahnsinnig gut. Also das können wir wie einschätzen und wir können, irgendwie ist die Erwartung da, dass was in der Schule geschieht, benotet wird. Da haben sich Lehrpersonen daran gewöhnt, da haben sich SchülerInnen daran gewöhnt, da haben sich Eltern daran gewöhnt. Irgendwie ist das eine Sprache, die wir alle sprechen oder die wir schon kennen, auch wenn es keine gute Sprache ist. Also es ist wie wenn wir eine sehr rudimentäre, defizitäre Sprache hätten, bei der ständig Missverständnisse auftauchen, die auch sehr frustrierend ist, aber wir benutzen sie halt einfach alle im Alltag. So ist das mit Noten. Noten brauchen weniger Zeit. Also wenn ich mir überlegen muss, ja was hat eine Schülerin tatsächlich gemacht in der Auseinandersetzung mit binomischen Formeln, wo braucht sie Unterstützung, wie kann ich ihr Feedback geben, wie kann ich in einem Gespräch ihr erklären, was jetzt die binomischen Formeln mit ihrem Entwicklungsfortschritt zu tun haben, dann ist es viel, viel aufwendiger, also wenn ich einfach irgendwas korrigiere und dann mache ich 4,3 dahin, das geht irgendwie effizient. Und alles andere braucht Zeit und Gefäße und da müssen wir Lehrenden, also ich selber bin auch Lehrer, überlegen, wo bekommen wir diese Zeit her, um diese wichtigen Arbeiten auch vorzunehmen. Und manchmal kann es halt einfach der schnellste Weg sein, eine Note zu geben, weil wir wissen, dass das irgendwie eine Art von Rückmeldung ist, die dann so auch akzeptiert wird, die nicht gross hinterfragt wird, weil man dann wie schwarz auf weiss oder rot auf weiss hat, das ist 4,3, da muss man jetzt nicht viel dazu sagen, während bei einem Gespräch, und damit bin ich jetzt auch am letzten Punkt, gerade wenn es um Selektionsentscheide geht, also wenn man entscheiden soll, wer darf ein Studium aufnehmen, wer kann eine Berufsmaturitätsschule besuchen und so weiter, da gibt es viele Entscheide, wo man dann sagen kann, ja jetzt schauen wir mal auf die Noten und dann kann man sagen, ja dieser Schnitt, der reicht und der Schnitt reicht nicht und das kann dann als Begründung für einen schwierigen Entscheid einfacher sein, als wenn man den Entscheid menschlich fällen muss, wenn man wie sagen kann, ja ich habe jetzt dir beim Lernen zugeschaut und ich merke einfach, so wie du lernst, ist diese Art von Ausbildung nicht das Richtige für dich und vielleicht sogar auch sich wünschen würde, dass das jemand einsieht, was nicht immer der Fall ist und über Noten kann dann eine Art Fakten geschaffen werden, die es so eigentlich nicht gibt oder die so auch ein Problem sind. Grundsätzlich ist Selektion natürlich an sich ein Problem, also es wäre schön, Menschen würden selber merken, ob eine bestimmte Schule oder Ausbildung für sie geeignet ist, ob sie da profitieren können oder nicht, aber natürlich sind unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Ausbildungswege mit unterschiedlichem Prestige verbunden und viele Menschen möchten das machen, was mit viel Prestige verbunden ist und wenn es davon wenig gibt oder zu wenig gibt, dann muss man irgendwie entscheiden und so wie die Gesellschaft das heute macht, wird das über Noten gemacht. Das ist nicht gerecht, es ist nicht fair, es führt zu Diskriminierung von bestimmten Menschen, aber das ist so wie eine Art das, worauf man sich geeinigt hat, was man so macht. Das führt mich zum Fazit, also wenn wir Lernende in ihrer Entwicklung unterstützen wollen, wenn wir wollen, dass Lernende einsehen, warum sie was lernen müssen, wenn sie das Gefühl haben, das hat für mich persönlich einen Sinn, dieses Lernen, das hilft mir im Beruf voranzukommen, das hilft mir ein gutes Leben zu führen und ich habe bestimmte Stärken, ich habe ein Selbstvertrauen, ich kann auch mit anderen gut zusammenarbeiten, dann braucht es Gespräche über das Lernen, es braucht eine Dokumentation dessen, was man gemacht hat, da braucht es andere Formen als Noten, Noten sind dafür kein gutes Instrument und wenn wir beginnen, Noten teilweise zu ergänzen und zu erweitern mit diesen Möglichkeiten, dann denke ich, sind wir auf einem guten Weg, um das System zumindest ein Stück weit zu verbessern. Ich danke sehr für die Aufmerksamkeit, ich blätter nochmal nach oben und hier gibt es Kontaktmöglichkeiten und man kann dieses Dokument natürlich auch anschauen, das ist unten. Vielen Dank.